Herzlich Willkommen auf den Seiten der Gestaltpraxis Stephan Berzel. Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Ich will Ihnen den Aufbau meiner Seite etwas näher bringen. Informationen mit Lebenslauf und Qualifikationen zu meiner Person finden Sie unter über mich. Hilfreich ist es auch zu wissen, wie Sie in die Gestaltpraxis kommen können. Hier finden Sie Bilder, die Ihnen unter anderem auch zeigen, wo Sie Ihr Auto parken können. Nun kommen die Angebote für Institutionen, Kinder und Jugendliche und Erwachsene. Exemplarisch nehme ich die Entspannungsverfahren heraus. Übrigens wussten Sie, dass Ihre Krankenkasse Präventionsangebote, wie Sie sie hier finden, zuschusst oder auch ganz übernimmt. Zum Beispiel das autogene Training mit 8 Einheiten zu je 1 Stunde. Fragen Sie doch einfach mal nach. Nun weiter zu einer anderen Rubrik für Klientinnen und natürlich auch Klienten. Hier finden Sie Informationen zu meinem Vorschlags- und Beschwerdemanagement, zu der Ethikrichtlinie, der ich mich verpflichtet habe. Sie finden auch Angaben zu den Kosten. Übrigens, Kosten sollten kein Hintergrund sein, eine Therapie nicht zu beginnen. Sprechen Sie mich einfach an. Ein Angebot, das eigentlich selbstverständlich ist. Angebot für LGBT, also Lesbien und Gays wie Transgender intersexuelle Queers, die natürlich gerne auch auf mich zukommen können. Zum Abschluss finden Sie noch Links auf anderen Seiten von Therapeutinnen und Therapeuten und Organisationen. Der Abschluss bildet, wie könnte es anders sein, das Rechtliche mit dem Impressen. Sie sehen, hier ist einiges zu entdecken und auch ich bin bemüht, die Infos aktuell zu haben. Also, ich freue mich, Sie eines Tages gleich persönlich kennenzulernen. Auf Ihre Anfrage aufbald, Ihr Stefan Berzel